Kommen wir also zu meinen ganz persönlichen Nominierungen des Jahres 2020. Wir beginnen heute mit Platz 10. Die Kategorie lautet Einfach so, weil es wurscht ist. Nominiert ist heute ganz spontan, weil es wurscht ist, ein Mann. Es kommt zu mir der Michael Straub. Es ist ein Mann, weil es wurscht ist, ein Mann. Es ist ein Mann, weil es wurscht ist. Michael Straub. Frage. Ich muss ehrlich sein. Hast du in der Vergangenheit, Irgendwann einmal auf der Facebook-Seite vom Anipa ein Like gesetzt? Und ohne wieder Gehe, er ist gefangen.